Der Hammer formt das Eisen, formt das Eisen, das Eisen, er weicht durch Feuerhitze, der Marmor lässt sich formen, lässt sich formen, der Marmor durch Hafermeiselspitze. Doch wer kann mir erweisen, das Hammer oder Eisen, das selbst als Liebesfeuer, hat jemals überwunden, der Weiber eigens ihn, den eigens ihn. Doch wer kann mir erweisen, das Hammer oder Eisen, das selbst als Liebesfeuer, Liebesfeuer, das selbst als Liebesfeuer, hat jemals überwunden, hat jemals überwunden, der Weiber eigens ihn, der Weiber eigens ihn, der Weiber eigens ihn. Der Hammer formt das Eisen, er weicht durch Feuerhitze, der Marmor lässt sich formen, durch Hafermeiselspitze, Meiselspitze. Der Hammer formt das Eisen, formt das Eisen, das Eisen, er weicht durch Feuerhitze, der Marmor lässt sich formen, lässt sich formen, der Marmor durch Hafermeiselspitze. Doch wer kann mir erweisen, das Hammer oder Eisen, das selbst als Liebesfeuer, hat jemals überwunden, der Weiber eigens ihn, den eigens ihn. Doch wer kann mir erweisen, das Hammer oder Eisen, das selbst als Liebesfeuer, Liebesfeuer, das selbst als Liebesfeuer, hat jemals überwunden, hat jemals überwunden, der Weiber eigens ihn, der Weiber eigens ihn, der Weiber eigens ihn. Sind wir nicht alle Narren, recht blinde dummen Narren, vertrogen durch die Weiberlist, verachtet sie, versplottet sie, verlachtet sie und friert sie, sind kein Teufel wert, kein Teufel wert, sie sind kein Teufel wert. Sind wir nicht alle Narren, recht blinde dummen Narren, betrogen durch die Weiberlist, verachtet sie, versplottet sie, verlachtet sie und fliert sie, sind kein Teufel wert, kein Teufel wert, sie sind kein Teufel wert, sie sind kein Teufel wert, sie sind kein Teufel wert, kein Teufel wert. Die Weiberliste 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020